Jo Leute, was geht? Schauen wir mit Doppel erstmal wieder back am Start und ich habe euch erstmal was zu berichten und zwar habe ich jetzt meine Kameraposition so hierhin geändert, denn dort ist mein Monitor kaputt, deswegen nicht wundern. Ich hoffe, es ist trotzdem gut. Ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Position findet, ob ihr sie besser findet oder nicht. Was ich noch ganz kurz ansprechen wollte, denn ungefähr 90% der Zuschauer sind keine Abonnenten vom Kanal und ich wollte euch einfach nur darauf hinweisen, dass ein Abonnement mich sehr, sehr unterstützt und auch kostenlos ist und für euch auch besser ist, meinen Kanal wiederzufinden, sofern ihr natürlich meine Videos mögt. Jeden einzelne Bewertung unterstütze mich, egal ob Like oder Dislike, aber über ein Like würde man sich natürlich mehr freuen. Jo Leute, was geht? Schauen wir mit Doppel erstmal wieder back am Start und heute zocken wir Wack Your Neighbor, ein Wacket Game, wie es schon den Namen beinhaltet. Es ist mega geil, Wacket Games bleiben für immer geil, egal wie alt sie werden und ich freue mich mega, ich hoffe ihr freut euch auch und wir starten einfach mal rein. Und herzlich willkommen zu Wack Your Neighbor. So, wir sind jetzt in unserem Garten und ja, töten dann mal unseren Rapper, der anscheinend Bock hat, dass wir grillen sind anscheinend in Deutschland, also nicht so geil. Ja, ist okay, ist okay, ich töte dich da schon. Und sowas haben wir einfach in unserem Garten, also das ist schon wieder geil zu sehen, dass wir einfach ne Falle in unserem Garten haben und schön zuschaufeln. Jawoll. So, Whisky ist unser Hund, okay. Oh, ich hab Barbecue. Alter, wir sind krasser als Spongebob, ich sag's euch. Geil. Kann ich die Bratwüste auf ihn werfen? Äh, hier. Äh, der Bus. Ja. Fünf Minuten später. Äh, meine Bros, Alter. Oh mein Gott. Sind wir US-Veteranen oder was? Was ein geiler Typ, Alter. Hopp, haut so aus. Geht auch nur auf. Ey, das ist doch kacke. Hm. Willst du mal probieren? Hier. Hm. Digga, das sieht einfach aus wie ne Burscht. So, weiter geht's. Hier vielleicht auch los? Hm, nope. Oh, hier. Oh, da, da, da. Ja, boe, ja, boe, ja, boe. Ja, da, da. Ah, okay. Ja, da, da, da. Ja, Trank. Komm. Oh Gott, jetzt kommt's! Fuck! Fuck, runter mit mir! Oh Gott! Oh, wie's auch einfach schön, einfach das Blätter, das ist so geil! Ironhook Äh, Eisen... Oh Gott! Und 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 und... Ich will nicht das zweite Item! Oh Gott! Komm, ich find dich! Oh Gott! Ich hab's anscheinend irgendwo gefunden! Das Auto! Was? Hä? Fuck, du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Also, dein Nachbar will ich net sein, Alter! Ja, Bruder! Huah! Was passiert? Oh! 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 Was? Du hast kein Gefühl zu haben, wirst du einfach waschen in deinen Arsch gepumpt zu kriegen! Stellt euch das mal vor! Ihr beschreibt euch bei einem neuen Anfa und dann steckt er... ...eine Schlange da drin! Huah! Das war sehr... ...einfallsreich! Geil! So, als nächstes... ... 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 Elektrischer Kabel, komm. Ach du Scheiße! Geil. Einfach nur geil. Die Spachtel. Oder Gartenschaufel. Spiel auch immer. So war ich damit. Das war sehr... Ach, ey. Ich wollte sagen, das war sehr einzigartig, aber... Das ist dann doch eher sehr... Ja. Eigenartig. So was gibt's denn hier noch? Guck mal, Joppa! Okay. Nein, du bist tot. Nein, du bist tot. Nein, du bist tot. Was? Ja, mit Nägeln. Easy. Ouh! Autsch! Hua! Nein! Ah! Wuhu! Au! Ach doch! Was? Was? Was jeder Deutsche in sein Garten haben muss. Jawoll, ein Rasenmeer. Zack! Huuu! 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 Wiebiets-Karne! Ohhhh... Also... Ohhhh... Jetzt ist schade. Das man nicht anders spielen kann. Huuu! Huuu! In calcul! EUR! ! Huuu! 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 PUSSING! Ach du Scheiße Weil wir eine eigene Sprinkleranlage drin gehabt Einfach... Wunderscheiße Let's go Iiiiih Stell dir mal vor, man erstickt einfach an seiner eigenen Scheiße Also nicht an seiner eigenen, aber halt an Scheiße Ist doch eh schon So Kompost Hhh Hhhhh Oh Du darfst ja einfallsreiche Kills, das muss man schon zugeben, ne? Aber muss man sich ja ran setzen und sich was überlegen Da oben Oh, doch, 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 doch Also ja OOOROLOOROLO Ja... EHHHH ich geh gerade lige rein und dann und dann.. OO chorus oioioioioi es ist nicht so Important AAAAAw!!! Aargh! Da gibt's das Nachbarn Spieße oder nicht. Oh, und das war sehr... sehr simpel. Fenster. Guck mal, Joppa! Das hat die beiden Apfel. Ha, ha, ha! Das find ich sehr schön. Kann man noch ne Apfel essen, das wär geil geht. Ich hab die Kassenschere. Ich haupt nie, da einfach mal so zack so. Oh, was? Ja, der hat doch sein Arm abgeschritten. Ich bin Hund, später. Oh, und das ist ein Nachtisch. Guck mal, Joppa! Ich hab einen Shotgun da drin! Es ist so stumpf und so geil. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, das sieht doch so aus. Oh, der Doppeldoppel. Oh, ne Kette. Hey, hm! Hm, was willst du damit? Hey, gib mal rein! Gib mal rein! 24 Stunden lass ich ihn jetzt verhungern und so. 15 Tage! Ein Jahr! Ich hab ihn einfach ein Jahr dort liegen lassen. Also... Bitte, 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 bitte. Hör der Bus! Geil. Gibt's hier noch irgendwas? Oh, der Doppeldoppel! Die Falle! Bitte, 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 bitte. Hier! Hör der Bus! Wir haben alles in uns so einen Garten. Wir können ihn 50.000 mal töten. Ja! Ja! Einfach zerteilen! Einfach zerteilen! Einfach zwei Teile! Komm, hier! Haben wir doch noch irgendwas? Hör der Bus! Komm! Guck mal, doch! Buh! Die Wolken! Oua! Hör der Bus! Hör. Die Wolken... Ah du liebe es sind Oh Sandra Gott mag auch keine Eilmänner da hängst du noch oh mein gott das war es anscheinend mit video ich hoffe es hat euch gefallen lasst eine bewertung damit ich sehe dass es euch gefällt und ein abo damit ihr auch nichts mehr verpasst werdet doch ein teil der community denn ich sehe 90 prozent der zuschauer sind leider keine abonnenten ich würde mich da ziemlich drüber freuen und es ist für euch auch nur kostenlos lasst mich doch gerne in den kommentaren wissen ob ihr mehr davon sehen wollt und wie ihr das ganze findet ob ich was vergessen habe oder wie ihr das feiert ich feiere es nämlich persönlich mega und ja ich wünsche euch noch einen schönen tag haut rein und ciao Leute